Wir reden Gamer heute. Tausend gegen die Bitch mit dem Basie, Alter. Ja? Hallo? Aber die Tür auf! Wir halten die Tür auf, wenn sie was hätten. Doktor, Doktor. Matt. Diese Autobahn führt zur Brücke. Ich finde, dass wir alle gegenseitig schützen. Ich überlege, ob ich mir mal wieder in der Sonnenbrille beim Zocken aufsetze. Das sieht doch keiner. Lade nach! Halt im Maul! Es geht ums Prinzip! Echt? Ich ziehe gerade, wenn das geschnitten bleibt. Oh! Nein! Da wird gezügelt jemand, der Hüge dort gezügelt. Alter, da sind draußen wieder weg, ey! Trotzdem sind die Tür, weil ich wollte nicht gleich machen. Ah, ich hab schon nicht, ich hab schon nicht. Ich hab schon gesagt, wie der Schrot auf ne Person geschüchelt, wie ein Jockey aufm Kopf hat. Entschuldigung. Gute Idee! Entschuldigung! Oh, ich weiß auch nicht, wie es schnappt. Oh, ich bin im Laden! Ich bin im Laden! Er hat Laden gesagt. Ich bin Laden gesagt. Fun, Fun, Fun. Hier liegen überall Fun. Das ist irgendwie voll die... War, Fun! Mit Molotow und Vitamine. Fun with Fun. Vitamine. Und Naschen oder nur Vitamine? Hier. Noch mehr Fun. Wow! Nicht hier drinnen! Scheiße! Mach die Punkte grad! Mach die Punkte grad! Mach die Punkte grad! Mach die Punkte! Gib mir Deckung! Muss mich verarzten! Das wäre so schlau gewesen, wenn das einer von uns gelesen wäre gerade. Ich muss mich verarzten! Ach, es war schon... war schon ein guter Zug. Ich will jetzt nicht sagen... Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüß! Oh, guck mal! Der Bus ist wieder auf Bus... Oh, nein! Ich bin runtergefallen! Hey, wir sprachen gerade dein Leicht hier auf die Länen, auf die Büsse. Schöne Jockey, direkt vor'm... Ah da! Das rienes auf mich! Du bist mir mit Feuer gesprungen, du Nepp! Boomer! Nein, der andere! Der andere! Klar! Also der Boomer, der nicht explodiert, meinst du? Richtig. Nicht auf mich schießen diesmal, ich hab ne Gasflasche dabei. Oh, was hast du? Du schießt schon wieder. Schießt schon die Flugzeugen auf! Hey, wo ist der? Oh, da. Alles gut. Ähm. Die haben hier nen Pumf, die haben hier nen Pumf. Was, wo? Na? Die haben gerade zwei Frauen und einen Typen in der Wohnbank aufs Bett gekippt. Was hast du denn mit Brandmunition? Ja. Sehr schön. Zusammen mit Brandmunition, ich will ja nichts sagen. Zeit für nen Zombie-Fall. Da ging's heiß her, oder? Das war mir noch nicht bekannt. Adrenalin Schuss hier. Von Fraps die Zahl gelb ist, ist das nicht gut, ne? Nein, dann lässt die Aufnahme aus. Sehr gut, Coli. Ach, du bist das. Was ist denn da immer wieder passiert? Wir haben mich mit Brandmunition angeschossen. Wir holen dich auf Barsch. Wir haben mich an euch verfahren. Wir haben mich an euch verfahren. Wir haben mich an. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, wenn's läuft, dann läuft's. Weißt du doch. Ach du Scheiße. Nein, nein. Ich bin runter. Wo kommt die Joggi? In den Puber. Bist du mich verarscht? Oh, ich bin so im Arsch. Oh ich hab's nicht geschafft. Oh mein Gott! Hast du ein Glück, dass du so gute Freunde hast? Ja, aber echt? Sei Dank für euch. Ich muss mich heilen. Oh nein! Leckt mich, ich muss mich heilen. Wer war das? Henne, du Bitch! Na los, beweg deine Arme. Henne tut immer, er schafft es, die Rich selbst zu töten. Hast du einen gut. Haben es schon mal geschafft. Ich habe ein Video, was das Gegenteil beweist. Du kannst die Rich mit Benzinkanister mit einem, zwei... Nein, bitte, mein Nachladen hängt. Man lädt die ganze Zeit nach. Lädt, lädt, lädt und lädt und die Position geht nicht höher. Warte mal, ich habe es dann mitten gegen mich. Siehst du das? Nö. Aber ich höre was. Ich lade und laden, das hört nicht mehr auf. Ich werde nicht in diesem Loch verrecken. Geht das? Jockey, Jockey! Das ist Jockey mit Facebook. Schönes Ding. Braucht man mehr, die Kids. Von der Henne auch. Geht nur auf Adrenalin, du hast doch mehr Leben. Wir sind Gewehre! Cody, was wolltest du gerade tun? Nichts. Cody dachte sich, ey, ich schieß mal hinten auf die Benzinkanister, der hier drin liegt, weil dann hat keiner die Möglichkeit, die Waffen hier rauszuholen und schreien. Du meinst so? Du Pimmel! Aua, 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 aua. Unten ist ein Splitter. Schön. Was splittet der denn so? Was ist das denn? Oh, hier gibt's Waffen. Ja! Wo ist denn meine Waffe? Ah, die ist noch heiß! Ah, die ist noch heiß! Oh no! Oh no! Oh no! Wer hat sich hier erkannt? Oh no! Hallo! Du bist ein Waffen hier! Ah, die schießen! Hallo! Man muss sich immer erst den Nachbarn angucken, bevor man sich reinzieht. Los Leute, ich hab mich mit zu verlieren! Wir sind Waffen! Okay! Verdammt, ich glaub's nicht! Nein, Boomer! Oh ne! Eieieiei, ständig muss bei der Ollen den Arsch retten! Wie geil! So! Out of money, jetzt geht es was los! Kopf los! Kopf los! Köpfen Sie 200 Infizierte mit einer Nahkampfwaffe! Ich bin so eine geile Bitch! Ach, hast du den auch endlich? Nicht die Bitch aufschrecken! Nicht die Bitch aufschrecken! Nicht die Bitch aufschrecken! Ich hab irgendwo noch ein wenig jetzt! Nick! Glückskind! Wir gehen in die Kanalisation! Jockey! Jockey! Jockey ist wahrscheinlich da unten! Jockey! Jawoll! Ciao! So! Cool! Ich laufe wieder hinten und schieße alle auf mich! Nick ist ein denkbar schlechter Tag für den weißen Anzug! Aber ich laufe neben dir! Ich hab genau ein Leben gemacht! Da habe ich noch mehr dazu! Ich schmeiß einen Molotow vom Licht zu machen, okay? Okay! Ich geh zur Treppe wieder hoch! Vorsicht! Ich schmeiß Molly! Ich schmeiß Molly! Ich schmeiß Molly! Ich hasse es, wenn er das sagt! Ich hasse es, wenn er das sagt! Mist! Wir haben Alarmes! Oh je! Jetzt wird's lustig! Hau dich mit Alarm an! Licht ist einfach nur... Ganz langsam jetzt, Leute! Oder nach oben schießen! So ein Deck! Henne! Henne hat die Leute auf den... Ich hab doch mal Rödel auf die 12! Ich hab doch genau ein Rödel! Zack! Ich bin down! Es wär alles so gut, wenn ich noch Muni hätte! Seid ihr denn Marse nehmen? Wenn ich hier jemanden wiederbeleben könnte, wäre ich sehr dankbar! Nein! Ich bin tot! Nein! Ich bin tot! Oh! Oh! Ich bin totgezündet! Ich bin totgezündet! Ich bin totgezündet! Ich hab das zugekissen! Ich hab das zugekissen! Oh mein Gott! Lass sie! Lass sie! Lass sie! Der ist auf den Boden gegangen! Oh mein Gott! Ich hab das mit dem, ey! Molly so ist es alleine! Oh mein Gott! Hey! Ist jetzt noch nicht mehr raus da! Nach vorne, Cody! Ok! Nach hinten! Jetzt nach vorne! Jetzt nach hinten! Scheißegal! Renn einfach! Beliebt irgendjemandem, wie der noch da ist! Ich weiß nicht, weil er den Boden seht. Ja, es stimmt nur noch mich. Und das auch noch gerade so. So, jetzt sollten wir am besten mit so wenig schießen wie möglich, so schnell wie möglich hier durch. Ich gebe ihm zwei Minuten. Du brauchst es doch nicht mehr, oder? Guck mal, wir sind eh gleich da. Da war ein Medic! Dreh dich um, Poli, dreh dich um! Da ist ein Medic! Ja, okay. Wir sind okay. Geschaut. Scheiße! So, ich hab wieder Modi. Was ist das? Scheiße im Bunker! Ich hab'n Gocke! Rücklicher runter, runter! Der muss nachlassen! Nein! Halt mal auf! Halt mal auf! Ab ihn! Schönes Ding! Hat der Kohl sich gerade wiederbelebt? Nein, er hat sein Medic-Kid noch. Puh! Ja, ist so für Glück. Wir haben's dir aber gegeben. Seh' ich okay aus. Okay, und jetzt bringen wir's zu Ende. Das war scharf! Vielen Dank! Moment! Muss mich verarzten! Ach, sag bloß! Geht schon viel besser! Gut! Da oben ist noch ein weiteres Medic-Kit. So, in dem Auto! Egoistisch von euch, dass ich hier jetzt alleine spielt und so. Hier sind was? Irgendwo darf so eine Save-Stone-Room sein. Der kann eigentlich soweit nicht mehr sein, ja. Nee, ich erinnerte. Ach, du! Da sind wir! Da sind wir! Oh, nein! Hinter euch! Hinter euch! Fakke! Nein! Bünder, hier unten sind wir! Befreit uns! Ja, ich kann nicht! Kohli! Du kannst es doch schaffen, Kohli! Ich drehe runter! Ja! Bleib nicht da oben! Der kommt nicht mehr weg, der Kohli! Der Jockey kommt! Der Jockey kommt! Lauf gerade aus, Kohli! Lauf einfach! Du musst da runter! Ich... Achtung, Jockey, mein Knie! Ja, komm! Oh, komm! Lauf! 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 Befreit uns! Schnell! Schnell! Noch ein bisschen! Ja! 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 Die Rache! Alter! Jockey! Ach, Gott! Alter, Falter, ey! Scheiß die Wand an! Ich scheiß zurück! Oh, ich hab grad gesagt, du wirst mir fehlen. Ja, ich hab's gehört, das ist voll süß von dir. Jeder weiß, es ist gelogen, aber irgendwo trotzdem charmant. Ah, Smoker! Sehr gut. Die Medizin von Martin, die braucht er ja nicht mehr. Oh, ich muss mich heilen. Jetzt rennt er nicht schon wieder alleine los. Entschuldigung. Ich lade nach. Ach, ja. Hier ist ein Medikit oben. Ich brauche eins. Ich, 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 ich. Ich nehm's Verbandszeug. Da kann ich jetzt mal in aller Ruhe beobachten, wie ihr euch so anstellt. Die müssen doch eigentlich da sein, der war eben schon markiert. Oh! 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 Was ist denn der denn her? Oh! Bleib bitte von Stehen! Oh! 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 Da ist ein Botanekt PAAS1. Ein Kin-Kotzer. Äh, ein Boomer mein. Entschuldigen. Kotzer! Der kommt auch okay zu! So! WUH! www.trina.de Jetzt kommen wir gleich den Safe Room hat. Kann nicht weit sein! Ich hab ein Granatenwerfer! Oh Scheiße! Jaaaa Timo humpelt einfach durch den Spit durch! So läuft es bei uns, so läuft es. Er hat ja noch ein Medikit auf dem Rücken. Er muss es nicht nehmen. Tank! Ich nehm Medikit, ich nehm Medikit, scheiße! Nein, ich schaffe nicht mehr! Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich! Schaffe ich jetzt, schaffe ich jetzt, schaffe ich jetzt! Nicht auf mich! Boah, das war knapp! Was hast du gegen mich? Ich lege es nur auf mich aus! Geh jetzt aus hier und anderen! Und weg! Was war das denn? Er hat hier auf mich geschossen! Springt Löcher in die Luft! Scheiße, ich bin wieder fast tot, ey! Charger Richtung Henne! Wo ist Henne? Unter dem Charger! Und der Charger! Hier ist der Schutzraum! Achso! Sehr einfach! Soll man die aufhelfen? Sehr lecker! Soll hast du Schutzraum! Lass ihn liegen! Alter, ich finde das Ding ja... Mach doch nicht so! Genau! Achso! Achso! Rhythmika auf jeden Fall! Wenn überhaupt der Rhythmika noch irgendeines bekommt, dann als das übrig ist! Ich brauche keins! Ohne stirbt sich's viel besser! Tank schlechter! Beim Tank war ich irgendwie nicht da! Ich hab drei Charakter aufgeschossen! Der hat ja nur auf mich eben, ist abgesehen! Ja, ich auch! Du sahst doch am besten aus! Oh, bei der Witch war ich irgendwie nicht da! Okay, mein ich hätte den ersten Schuss abgegeben! Von wegen! Ich krieg den nicht alleine gekillt! Fast! Guck mal, wie wenig ich hier machen musste! Das ist fast gelacht! Ja, ich hab meine Munition wieder fälschlicherweise in ich geballert, anstatt in die Witch! Deswegen war ich... Ich bin überraschend! Ist ja vorher noch nie passiert! Nein! Mach's dir doch leicht! Nein! Entscheidet euch mal zu Augen oder zu! Alter! Ja! Lass! Mach's dir nicht! Lass! Lass! Ich darf nicht schießen! Achtung! Ich hab aus Fernis auf die anderen beiden auch nochmal geschossen! Das ist okay, ist für dich! Ähm, was für ein Schusser! Jetzt hat der meine Kettensäge! Mach bitte hier! Mach bitte hier! Ich hole keine Munition! Ich halte mich mal kurz auf die Munition! Hast du mich gerade schlagen? Nein, ich hab die Kettensäge da an! Nicht du! Ich hab nur mal die Olle angebackert! Richtig, beim Safen ist noch Muni und die hole ich mir jetzt kurz noch! Was zum Teufel machen die? Die sprengen das Dorf! Jetzt heulen nicht rum! Lass den Scheiß jetzt! Auf mich die Kettensäge in den Arm zu rammen! Was los mit dir? Ja! Alter Jungs! Was weiß ich denn? Aua! Alter! Hab ich! Ich seh' nicht auf! 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 Alter, dieser Amokläufer da unten hat mir mein gesamtes Leben weggezogen! Wer? Der Henne! Henne! Ich seh' nicht auf! Ich seh' nicht auf! Ich seh' nicht auf! Der Kerl ist ja schlimmer als'n Charger! Ne, ihr müsst ihr spät! So, ich hab ihn mit Müll beworfen! Henne, geht weg! Bleib mir vom Leib! Lass mich halt vor! Wartet mal! Auch die Siege ist leer! Na Gott sei Dank! Ich hab' nur einen Granatenwerfer Leute, keine Sorge! Oh ja. Und jetzt hab ich ne Gitarre. Gitarrenpower! Keine Bomben! Die Richtung war gut. Ich steh auf Billiard. Ich steh auf Billiard. Senderseil! Ah! Seid ihr wappen! Ein dicke Boomer ist grad die Wand hochgeklettert. Das sah ja saulustig aus. Ach du bist's. Ich muss mich verärzten. Ich komm hier runter und krieg ein Last. Der Timo hat gesagt, dass Boomer die Wand hochgelatscht und dann springt plötzlich was von meine Nase. Hab ich halt mal ausgeholt. Achtung! Oh, guck mal, die schämen sich. Schämen euch! Wir sind schon alle ne Wand nach und die Wand schrubt. Ab nicht in die Ecke. Jeder schnappt sich ne Waffe! Oh, hier ist ne Bitch. Hier ist ne Bitch. Hier ist ne Bitch und jetzt mal schießen. Dann könnt sie ja treffen. Hier ist raus auf den Balkon. Munition! Da ist er! Da ist er! Da ist die Bitch, Alter! Kohli! Jetzt renke ich das Dach hoch. Oh Gott! Kohli fällt! Was macht die Bitch denn da? Schwester! Du musst echt schießen. Die Bitch kommt nach Kohli. Lass ihn hängen! Lass ihn hängen! Das ist super für uns. Dann können wir die Bitch abschießen in Ruhe. Hahaha! Lade nach! 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 Verdammt! Nein! Geht schon viel besser! Okay, schafft man nicht. Lass den Traktor an, ja? Seid ihr bereit? Ja! Nö! Ich starte! Nein! Sie kommen! Der macht Musik denn! Woaah! Uah! Uah! Ich hab' ne Rohrbombe! Achtung! 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 Der hat dort immer bitte... Ja! Ja, nehmt! Dorky! 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 Na, danke. Ja. Ich hab nur ein bisschen gedauert gefahren. Der wird gezüngelt! Dorky! Schieß auf die Zombie! Jetzt stand ich die ganze Zeit so stabil da oben. Jetzt wüsste ich weg. Irgendwo mal runter. Der kann schon weit genug sein. Der, äh... Woanders hin. Oh! Lade nach! noch fandom. Ihr nerft mich! Geh' Aus! Alles einsteigen! Wir reiß' ab. Sch声 mit Dochir Ich kann mich nicht mehr wegen. Wir sind geboten. Bedankt! Wir bin serviert! Puh, mir geht's gut, ich bin da. Panzer, mir geht's nicht mehr gut. Wollt ihr mich verarschen, liegt ihr jetzt alle auf dem Boden. Seid ihr irre? Ja, genau so macht man das. Ich hab noch einen Medikist, hilf mir hoch. Nein, ich hab keinen Medikist mehr, es war eine Lüge, aber egal, danke. Du warst am nächsten. Das ist so lieb von dir. Danke. Das war die logische Wahl. Was, wieso? Ich laufe mit der Gitarre auf. Hören auf damit! Das war ich nicht. Wo geht's denn jetzt weiter? Ja, ihr müsst wieder hoch und dann hier oben über diese Brückchen hier drüber quasi. Ich weiß nicht, ob sie wirklich schweißer geht, ich bin jetzt auch Quartier, aber hier ist irgendwie in dem Raum gar nichts. Ja doch, das geht aber, das stimmt ja nicht. Ne Gitarre! Und weiter! Ne Gitarre! Ah, hier hinten geht's raus, ja. Ich bin halt musikalisch, Mann. Weil die gehen einfach nicht kaputt, ne. Ich klappe da drauf, wie blöd die Gitarre hält. Das muss ne Fender sein. Ich hab Spreng-Munition für meinen Granatenwerfer. Billnchen, was machst du eigentlich gerade? Diese Kombination aus Boomer und Jockey ist irgendwie ziemlich albern. Hehehehe! Hehehehe! Scheiße! Was auf der Scheiße! Kotzen und Spaß dabei! Ey, machst du? Ich... Ja, nein, äh, ich... Leicht den Kohli fieb! Ja, ich bin ja angeschaut. Geht's denn jetzt hier weiter? Ja! Wo ist einer für euch? Hier unten geht's weiter, kommt zu mir. Hier kommen wir her, ne? Ach schön! Da wo die Hände jetzt ist. Da wo die Hände jetzt ist. Ah, die Kohli kommt mal her, ich muss dich heilen. Klingt sehr toll, Linke. Ich will mir auch viel mehr Spaß machen als das hier aus der Natur. Nee, das wird das hier nicht. Ich... Ich höre einen Jockey irgendwo. Wo komm ich denn nicht hier raus? Ich muss da noch... Ich... Wo bist du denn? Ich find die Aufsicht für den... Du musst die Treppe. Ach, scheiße, da drüben lang. Ja, das ist... Ah ja, also gut. Logisch. Okay. Was ist denn so stark? Ich bin gerade nicht mehr ganz so flott unterwegs, ne? Ich brauche ne andere Waffe, meine Waffe ist leer. Super! Waffen! Wir konnten Mooma! Wir konnten Mooma! Nee, da explodieren seine Reste. Warte mal, ich abspreng mal nicht so, Leute. Ach, da oben, das? Ja, genau, sag mal. Oh ja! Wah! Äh... Die wieder. Lade nach! Schieß den... Welcher Abzug-Knall bringt gar nicht. Lade nach! Irgendwo ist es doch... Irgendwo noch mal ein Midi-Kip geben. Lade nach! Alter, schießen die auf uns jetzt? Ach, stimmt. Ich war eben noch voll mit dem Leben. Würde ich von meinem Kopf... Charger! Mich hat sie erwischt! Scheiße! Boah! Nee, kein Charger, ist ein Halt! Nein, ein Fang! Ist ein Halt! Was hat er denn gegen mich schon wieder? Lass mich doch mal in Ruhe, du scheiß Ding! Ich würde euch ja helfen, aber ich... Ach, da ist einer! Ach, komm schon! Der hat... Ey, was hat der denn gegen mich? Verpiss dich! Was machst du gegen mich, du scheiß Vieh? Ich will nur gucken, wie's hinkommen. Toll! Ich bin tot in drei Leben. Weil die ganze Zeit auf mich stehen. Ich bin froh, dass du hier dabei bist und willst du alle Zombies abkriegen. Ja. Jetzt kriegt sie unser Wölkchen ab. Ja, diese Frau geil. Jetzt kommt der mal ehrlich, die Brüste hat. Eben. Kacktank, ey. Kacktank. Wir stehen auf Brüste. Der hat's echt voll auf mich abgesinnt. Zwei Mal jetzt schon. Das glaube ich dir sofort. Das würde ich dir auch umgesinnt. So! Ich weiß, wie du hochkommst, würde ich dir helfen, aber... Ach, hier. Danke. Ich bin leider nicht sonderlich flott unterwegs. Ich auch nicht. Das müsst ihr verzeihen. Ich bin euer Humpelkumpel. Kumpels. Alle Kumpels. Alle Kumpels. Ich weiß, dass die Mariener haben. Ich habe gemeldet. Endlich mal aufhören auf uns zu schießen. Oh, fett. Die Kassel ist auch geil. Ich brauch Diggum. Ah, verdammt. Du kannst... Du brauch Diggum zum Verarsten. Der kann verarsten. Ah! Wer hat das? Ah! Ah! Ich habe wieder... Ich geh in der... Yo! Drück, 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 drück! Du! 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 Die Brücke! Ich habe was in der Brücke geholt. Ist gut! Die schreie hinter uns und sie bringt. Der Klaus uns zu sehen. Kein Schwanken. Die Brücke ist über uns, ich hab'n Laden gefunden, jetzt ist sie wieder neben mir. Oh, safe ausgefunden. Scheiße, ich pack's nicht. Schutzraum, da lang. Alter, danke, Kumpel. Los, rein mit euch. Schneller geht's nicht. Jetzt nimmt er das Ding mit. Komm rein. Nein, wir sind außen lassen das Teil. Bewegt eure Ärsche sofort hier rein. Geil. Scheiße. So, kaputt. Baby, so läuft das genauso. Das ist eine Souveränität hier schon wieder, ey. Ich lutsch mir gleich den... Oh, hey, die Fresse. Ach, Gott. Ja, hey. Der Witchmaster 2000. Wo sind hier noch die meiste Freund-Kids mit Kettensäge? Ja, danke. Ihr seid sowas von graf. Da, guck! Derrick Mann. Weib-Kidsen. Ja. Du hastригunt, gewinnen. Wir fluchten muss bloßen sein.